Ja, hallo, hier ist wieder Jochen und zwar heute direkt vorm Abnehmenseminar. Ich freue mich total, ich freue mich total, weil wir jetzt starten mit neuen, viel, 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 viel stärkeren Hypnosen. Und ich habe das in Facebook da geschrieben gehabt, dass wir ab heute mit neuen Hypnosen starten. Und dann kamen eine Menge Fragen hier. Wie ist denn das? Sind die besser, die Hypnosen, wie die alten, die ich schon habe? Wie kann ich die neuen bekommen? Was ist da jetzt anders? Und da möchte ich ein paar Dinge dazu sagen. Ich predige nicht nur Weiterentwicklung, ich lebe Weiterentwicklung. Ich entwickle mich ständig weiter. Mein Abnehmkonzept, mein Abnehmenseminar entwickelt sich ständig weiter, wird immer effektiver, immer effektiver. Da war jetzt bei den alten Hypnosen war jetzt nichts Falsches. Es war alles richtig, es war alles gut, die sind gut, definitiv. Aber es geht noch effektiver, es geht deutlich effektiver und das ist in die neuen Hypnosen natürlich auch eingearbeitet. Plus natürlich ganz, ganz andere Audioqualität. Ich habe da an 2000 Euro Mikrofon mich herangesessen, hier Tontechniker und alles mögliche. Also das ist nochmal eine ganz, 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 ganz andere Qualität von der Aufnahme her, wie das damals noch möglich war. Ja, Leben ist Weiterentwicklung, so wie die Technologie sich weiterentwickelt, so habe ich mich jetzt da auch weiterentwickelt. Und wenn du jetzt hier ein bisschen weiter hast, jetzt nach Heilbronn, dann rate ich dir allerdings, kauf dir die neuen Hypnosen nicht. Sondern ich habe dieses Seminar auch auf Video abgedreht. Und der Vorteil von dem Video ist ganz einfach, du kannst es dir immer und immer und immer wieder anschauen. Du kannst jetzt da mit dem Video, du schaust es dir einmal an, kommst rein in die Motivation und legst dann richtig los. Und übrigens die Hypnosen gibt es beim Video, die neuesten, besten Hypnosen gleich mit, gratis dazu. Also von dem her würde ich mir erst die Hypnosen kaufen und dann das Video kaufen. Ne, wenn, dann würde ich mir das Video holen und da sind die Hypnosen automatisch dabei. Beziehungsweise wenn du es nicht so weit weg hast, hier nach Heilbronn, dann komm zum Live-Seminar und dann kriegst du auch die Hypnosen gratis dazu. Also das würde ich eben so machen, die kriegen alle meine Seminarteilnehmer hier, egal ob per Video oder jetzt hier. live hier jetzt eben, da nachher die Leute gerade ist dazu. Und da hat es richtig starke Hypnosen dabei. Also wirklich viel, viel stärkerer, wie das früher möglich war. Ich habe mir da richtig viel Gedanken gemacht und ich bin da auch einen Schritt gegangen. Den habe ich noch von keinem einzigen Therapeuten jetzt gesehen. Wie man Adipositas, beziehungsweise ein paar Kilo zu viel, so richtig in der Psyche kilt, ja, die diese Ursachen wirklich weg macht. Eine ganz andere Selbstdisziplin reinkommt, eine ganz andere Eigenverantwortung reinkommt, in ein Gefühl reinkommt. Ich kann das, ich mache das, in eine ganz andere Motivation reinkommt und das Ganze alles nicht nur an den Verstand herangepredigt, sondern schön im Halbschlaf. Ja, ich habe sie selber an mir ausprobiert und ich muss sagen, die sind richtig gut. Die sind richtig, richtig gut. Ich gebe es auch zu, ich habe mir so vor Weihnachten ein bisschen gut gehen lassen. und nach einer Woche, das war alles wieder unten. Also mit den Hypnosen, ich habe mir die öfters angehört, wirklich. Und ja, da geht was. Und es geht so leicht. Ich kann nämlich das weglassen von irgendwelchen Dickmachern, von Nahrung, als Qual empfinden, oh Gott, ich darf jetzt nichts essen, ich ist heute Abend, ich muss durchhalten, 16, ach, oh Gott, doch drei Stunden. Oder ich kann mich freuen und kann sagen, ey, 16, ey, was ist 16? Ich mache 18 draußen. Es ist ein geiles Gefühl, mich unter Kontrolle zu haben, meinen Körper unter Kontrolle zu haben. Ich bin so stolz auf mich. Und dann sage ich, 18 Stunden, was sind 18 Stunden? Und ich mache 20 draus. Und dann sage ich, hey, ich mache 24 Stunden Fasten heute draus. Ist mir scheißegal. Ich kriege den Hunger runterdrückt. Und ich fühle mich, während ich körperlich Hunger habe, richtig gut dabei. Wenn ich will, darf ich natürlich was essen. Aber das ist dann nicht mehr abnehmen mit Verzicht, abnehmen mit, oh Gott, ich muss mich an eine Regel halten, ich arme, oder wie auch immer. Sondern ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und jetzt mache ich es einfach. Weil es sich geil anfühlt. Weil es sich geil anfühlt, stärker zu sein als die Gelüste. Weil es sich geil anfühlt, stärker zu sein als der Hunger. Ich weiß, das hört sich echt extrem an. Echt strange an. Aber es geht. Und es ist geil. Es ist richtig geil. Und da ist eine Hypnose dabei, die festigt es so stark in unserer Psyche, dass man sich phänomenal gut fühlt, während eigentlich der Magen knurrt. Und man sagt, jetzt purzeln die Pfunde. Jetzt wird Fett verbrannt. Geile Sache. Und man hat dann keinen Schwindel. Und, oh Gott, oh Gott, wie verhützt man. Schwindel, ich muss mich festhalten. Und all diese psychischen Symptome, die Menschen manchmal hier haben, wenn sie nichts mehr essen. Und miese Diätlaune und den ganzen Quatsch, den ganzen Scheiß, das brauchen wir alles nicht. Wirklich. Wir können glücklich sein beim Abnehmen. Es ist möglich. Und wenn du Bock hast, pflanze ich es direkt in deine Psyche ein. Wenn du Bock hast, melde dich bei uns. Ich blende unten noch nur unsere Telefonnummer ein. Wenn du Bock hast, komm auf mich zu. Wir kriegen das zusammen hin. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße. Dein Jochen Kaufmann.